Musik Noch zwei Jacket-Kronen und ich hab's geschafft. Wie findest du sie? Oh, Blende. Na, sind sie nicht so weiß? Findest du sie nicht so weiß? Nein, nein, großartig. Sie passen zu deinem blauen Hemd. Drei Kalorien, ein doppelter Martini, ja. 400 bis 500 Kalorien. Ein doppelter Martini und ich platz sie hier vor deinen Augen aus sämtlichen Nähten. Früher wurdest du sinnlich. Ja, und jetzt werde ich fett. Ich habe auch ein Verhältnis, ein mieses, schäbiges, spießiges Verhältnis, von dem du ja gar nichts wusstest. Nein, aber ich habe es befürchtet. Du hast drei Nächte in der Woche durchgearbeitet und wir sind trotzdem nicht reicher geworden. Ist sie krank? Sie ist nicht krank. Dann lass uns jetzt die Hochzeit starten. Unten werden Cocktailwürstchen für 200 Dollar kackt. Winze! 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 Also gut. Was hast du ihr gesagt? Ich werde jetzt bis drei zählen und ich warne dich, junge Dame. Wenn ich bei drei bin, ist diese Tür offen. Eins. Zwei. Drei. Drei. Na, was haben wir falsch gemacht?